schreibt doch mal bei dir f5 irgendwo das ist becky becky schreibt jetzt f5 wir können ich werde dabei sogar film wie du f5 schreibst jetzt ich muss doch ganz oben so f5 f5 läuft jetzt erwarte ich aber noch so lange bis das hier auch läuft müsst ihr eigentlich der neue schwerträger wir haben einen neuen schwerträger könnt ihr den mal ordentlich würdigen mensch jeans alte zecke ich freue mich ganz schön scheiß qualität irgendwie so übers handy da war das mit der gopro besser aber aber ich hatte jetzt gerade keinen bock mehr also die qualität ist echt assi vielleicht ist auch daran wieso ist die qualität so scheiße mit dem anderen handy also liegt die 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 qualität ist für den arsch mach mal da den stream auch mal neu und lass mal kurz gucken wie es aussieht suchen auf oli da ist so der brandband breiten sparmodus an naja unlimited up and download also man geht noch mal ganz raus und noch mal rein was hast du denn auf dem telefon genau was weiß ich wo stellt man denn auf dem telefon auf wo stelle ich mir eine auflösung ein weisse ich habe gar nichts gemacht also bei dem anderen handy anders angemacht und das hat super funktioniert und das ist das neue handy also mache ich an und denke auch es funktioniert woher weiß ich was man da einstellen kann halt irgendwie irgendwie zweitausender retro optik das stimmt aber es ist trotzdem dämlich also ich finde es dämlich ein bisschen kann man das echt irgendwo einstellen ich gucke mal nur auf die punkte also live auf jeden fall nicht ich befürchte das müsste dann machen wenn es nicht online ist dann machen wir das jetzt ist mir egal so bis gleich